Also, kau, bye, bye. Yo, Seus, Freunde, was geht ab? Ich zeige euch heute hier einen saftigen, ganz leichten Warzone Caldera-Litsch. Das Ganze befindet sich auf Flugfeld, ja. Hier in dem Gebäude, in dem... Ich sage mal schnell, es ist einfach mal in dem H-Gebäude. Ungefähr hier müsst ihr droppen. Ab und zu ist auch hier ein Shop. Und ab geht's. So, wir snühen uns hier rein. Zelfen uns direkt noch ein paar Warten. So, und der ganze Glitch ist hier. Einmal die Leiter hoch, oder... Dann rennt ihr hier in die Ecke rein. So, dann steht ihr hier, duckt euch einmal und lauft einfach in den Glitch. So, ihr müsst darauf achten, dass ihr hier nicht runterfällt. Und hier auch nicht. Also, ihr könnt hier auf den ganzen oberen Etagen laufen. Wenn ihr da rüber wollt, müsst ihr euch hier einmal ducken. Lauft hier drüber. Hier dürft ihr auch nicht runterfallen. Und auf den Treppen könnt ihr laufen. Bis hier. Hier würde ich euch auch nicht empfehlen, runterzugehen. Da kommt ihr nämlich nicht mehr hoch. Beziehungsweise sterbt ihr, soweit die Zunge da ist. So, und von hier aus könnt ihr alle ganz easy wegschnitten. Wie ihr sehen könnt, ihr könnt auch nach draußen schießen. Die Gegner können aber nicht reinschießen, ja. Pass auf, hier ist vielleicht sogar schon einer, den wir wegschnitten können. Auf ehrenlos, ganz ehrenlos weggeholt. Ja, Leute, das war das ganze Video. Ich würde euch gar nicht lange aufhalten. Checkt es ab, bevor es geflascht wird. Und auch ein Fahrzeug deaktiviert, auch saftig. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Da ist er. Da ist er. Tak.